16. Juni 2020, Pattaya, Thailand. Jetzt hat endlich der Tempel geöffnet, wo wir immer hergefahren sind, zum Fische füttern. Das Ausflugsziel. Und jetzt hat das endlich auf. Das ist, wenn man von Pattaya Richtung Nongnut Garden fährt, kurz vorher, 1 km vor Nongnut Garden, fährt man links 3 km. Da sind Unmengen Fische drin. Die Anlagen da, das geht mit Solar und da dreht sich das dann und das dort den See belüften. Das ist die Technikalschule, die österreichische, glaube ich. Die österreichisch-theiländische Technikalschule haben das Projekt einmal eingebaut. Das ist schon ein paar Jahre. Momentan läuft es nicht. Schauen wir mal, wo mein Mädel ist. Ja, ich sehe da lauter Fische, das sieht man aber auf der Kamera nicht. Heute ist es besser bedeckt, recht angenehm. Schon schwül, aber nicht brütend heiß. Setzblaschule. Auch hier. Ich habe den Schiffen gefeiert auf der unten. Ich habe den Schiffen gefeiert. Alles klar, jedenfalls ein wunderschöner Platz. Habe der Reservus. Was ist der Name von diesem Tempel? Wir haben hier. Jetzt wissen wir es nochmal, Servusnard.